gut dann wollen wir mal wieder dann würde ich sagen reisen wir zu talaria und dann mache ich eine sache ich die noch vollkommen vergesse wo der herr kippenkurmler wie gesagt mich auch darauf aufmerksam gemacht hat wenn das funktioniert ich weiß es ja nicht was es ist aber könnte ja lustig sein wir wollen ja alles soweit mit kriegen möglichst so wie viel haben wir schon wieder über eine folge das geht so schnell sie werden so schnell erwachsen die folgen gehen so schnell zu ende erfahren wir zum elfenwald wir können auch noch mal bei bruder immer vorbeifahren und sehen ob der vielleicht irgendwelche einfachen ich komme in der hand ihr wolltet sich was kann ich für euch tun wo soll es hingeht also fahren einmal den fluss runter zur insel des vergessens bruder emmeran nein oder werden nicht die pflanzen abgepflückt ach ja die insel des vergessens wo ist denn der olle muschelbart sieht alles nicht so aus als würde ich das haben wollen drachenschild metallschild blockiert zaubern ich hätte ihn ansonsten vielleicht für unsere elfe genommen aber nein handel abschließen gut dann haben wir das mit dem auch nicht dass denn was kann ich für euch so macht die talaria bereit ja gravier wollen wir vorbeischauen noch eine quest kriegen dort vom enno machen wir jetzt ja das ist wirklich die eigentlich unmotivierendste zeit jetzt in einem rpg die ich jemals hatte als was diesmal nehmen wir was gibt es denn komm mit dann können wir ihn vielleicht mal testen nein ihn nicht wie kann ich dir helfen feieres mein feines komm mit was ist bollerofen digger ja dann auch zum fröhlichen jagen gehen so wo ist denn da sollten wir inzwischen wissen enno was ist euer begehr gibt es neue beute ja da gibt es tatsächlich noch etwas wenn ihr nach westen geht werdet ihr erschreckend viele wölfe erschreckend viele ende bitte diesen unhaltbaren zustand und bringt mir den kopf des leitwolfes okay also gibt es tatsächlich noch etwas das heißt also tatsächlich das ist dann wahrscheinlich das ende nach westen das heißt in diese richtung hier also nicht in richtung der talaria westen ist diese richtung jetzt ist die frage wie weit müssen wir nach westen und habe ich lust die pflanzen zu pflücken also westen 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 im westen gibt es ja hier nicht viel ist ja einfach nur hier ihr seht alle pflanzen sind wieder gespawnt ich habe alle ehrlich gesagt nicht schon wieder bock pflanzen zu finden nach westen das kann überall sein das kann hier sein das kann überall sein wisst ihr was aber dieses pflanzen zu pflücken ich habe jetzt keinen bock mehr drauf ich nehme mal an weil radon labs sadistisch ist gegenüber meinen zuschauern nehme ich ganz einfach mal an das die wölfe ganz weit im westen sind diese hörschkäfer sollten geschichte sein da ist schon friedens musik die musik des friedens nein da radon labs sadistisch gegenüber meinen zuschauern ist werden die wölfe wahrscheinlich ganz im westen sein ich mache das schon also werden wir uns einfach von hier aus nach westen begeben und auf dem weg einfach mal alles abschlagen genau hier und keine pflanzen pflücken denn ich nehme an radon labs hat sich ganz einfach vorgestellt ja der honk der wird die ganze zeit das haben sie ein weißer voraussicht sich schon mal ausgerechnet der honk der wird garantiert alle alle pflanzen pflücken wollen und wenn wir den dann ganz nach westen noch mal schicken zum abschluss dann wird er schwerst depressiv weil er dann sein armen zuschauern das alles zumuten muss also wir werden jetzt einfach an die westlichste fucking ecke ist ja kris gehen das heißt hier über eine falsche richtung wobei heißt du was die wildschweine hier vorne nehmen wir noch mal mit wenn ich mich recht erinnere waren jedoch hier wenn sie schon wieder gespawnt sind ja da sind sie und die machen wir ganz einfach mal auf die gleiche art und weil sie wieder platt wie wir schon hatten wie gehabt so gemacht und ja so holen wir uns noch ein paar tier zubehöre ja nach so weil tatsächlich noch welche übrig geblieben ja einmal zeigen was du kannst bei deiner treue den kaiser ja ja ich meine dich du machst mal welches schwein hatte ich jetzt hier habe keine ahnung bei angroschfahrt wahrscheinlich wird da nichts von überbleiben die fallen schon um bevor sie da sind sogar der honk kann sich wahrscheinlich seinen start platt machen das war auch mal dass sie all die kräuter und rum mit mir und mir brüch das hört wird gemacht zum glück nicht das gehirn gut denn sonst würde ich einen gehirn schlag bekommen so also das sollte es dann gewesen sein da haben wir noch ein schwein nee also wirklich nur das was wir jetzt auf dem weg sehen an tieren ich nehme an dass radon labs ganz einfach sadistisch genug war diese wölfe ganz am ende der karte also da in diesem tal wahrscheinlich in dem verborgenen tal zu platzieren auf dem weg dahin pflücken wir keine pflanzen sondern killen nur einfach rindliche tiere wie zum beispiel diese stinkmader da oben die wir heute schon einmal platt gemacht haben hallo erstmal ich gucke kaum in die kamera es hat auch was damit zu tun dass ich mich ganz einfach momentan selbst im spiegel nicht sehen mag ich habe das gefühl ich sehe aus wie der tod persönlich ich bin nicht irgendwie ich sehe auch sonst nicht schön aus aber das muss man sich einfach nicht geben und ich überlege sogar auch nicht die fels kämpfe sind diesmal wegblende weil muss ja nicht sein diese hörsch hier und die ruhe so die stinkmaler wo verstecken sie sich denn also der eine den sehe ich da hinten aber auch noch wahrscheinlich gar nicht ein großes gedeck aufzufahren der ist so oder so tot ja das war dann mal das ja den zweiten hat wahrscheinlich gar nicht gespawnt also ich sehe ihn jetzt nicht hier war sonst immer noch ein zweiter erinnert euch ja lederbänder das ist schön die können wir gut gebraucht eigentlich besser als können wir noch besser als pflanzen gebrauchen weil ja ich könnte mich jetzt auch hier total durch teleportieren weil ich sowieso annehme dass es ich hab's ja schon gesagt wo die teile meines erachtens von radon löps platziert worden sind einmal um die ganze welt mit den taschen voller geld übrigens meine stimme geht wieder wo ich es gerade sage fängt sie da zu kratzen als wollte es mich lügen strafen was war das für ein ruckler eben ja ich sehe schon sind dass die wölfe sollen dass die wölfe sein jetzt oder was das wäre lustig grau wölfe so mal verteilen hoch ja das ist wirklich eine menge nö aber nö aber müssen wir vor wölfen angst haben für den kaiser für den kaiser roland ein schrecklich ein schrecklicher bade ja also ich nehme mal an das waren da nicht die wölfe weil das waren zwar eine menge aber wir haben keine meldung gekriegt dass es die sind die wir suchen also wölfe sind wirklich aber auch eine dankbar ein dankbares ziel so von der ausbeute her wenn man sie heute gemacht ja wird gemacht das finde ich gut das ist gerecht aber sicher aber sicher ist das gut und gerecht ich habe eben schon gedacht es gibt eine kampfpause ja und jetzt ist es und jetzt ist es fast schon wieder so weit dass ich sage wenn ich jetzt noch kraft dann ist es so spät in der aufnahme wahrscheinlich nicht mehr ganz wach bin und dann würde ich nicht gerne irgendwie eine größere kampfhandlung gehen aber wir müssen ja auch nicht den kompletten die komplette suppe machen wenn wir jetzt tatsächlich in der endqueste weitergehen sondern wir können ja immer mittendrin aufhören und da ich sowieso erst mal den friedlichen weg machen will hatte ich schon gesagt weil ich ihn einfach noch mal nachgeben möchte ich dachte schon ich dachte noch der bär hier unten wieder gespawnt dann hätte ich mir den auch noch mitgenommen aber so wie weit westlich sind wir jetzt gar nicht weit also es könnte hier sein es könnte aber auch hier sein es könnte überall sein westlich ist zwar nicht nördlich aber nördlich vom vom jagdrevierhaus da oben vom jagdsitz ist ja nicht viel und östlich davon ist auch nicht viel da ist die talaria aber westlich ist halt das meiste und seht ihr das ist ein zeichen dafür dass ich radon labs geschaut habe sie haben die wölfe extra westlich platziert damit sie so weit vom jagdsitz entfernen können dass wir jetzt noch mal durch die ganze pampa rennen müssen ich sehe regelrecht den map maker den den map designer der dann dachte aber man könnte natürlich jetzt hier von punkt zu punkt sich teleportieren und man könnte gleich denken so von wem ja die sind so böse und halt mal er hat uns entdeckt ach ja ich denke mal in der tat das sind dann wohl die wölfe ja nicht so unfreundlich sage ich immer war ja ja der barriere ist ein jahr lang war ja und dann lassen wir sie mal rankommen das machst du nicht die kriegen wir auch so platt ihr ich denke mal ein großes problem geben madame madame naja captain nimm dir mal einen wunderbaren dolchi molchi und hau den mal diesen schweinetier hier zwischen die rippen guck mal wir können hier mal wieder hoch steigern das teil ja haare haben die gut und der honk der kann mal hergehen und mal ein paar von den hunden anzünden das ist auch immer wieder ein spaß für die ganze familie wird so ein brennender hund durch die gegend läuft eigentlich sind es ja hunde sind nur wild ja und bitte die hunde freunde seid mir nicht böse das ist alles nur scherz halber gemeint ich war ihnen aus einem hund anzünden schon gar nicht eine katze die schmetterlinge mit dem schwert schalten würde ich auch alter armen wie ich ja so das ist eine menge ja ich weiß nicht gab es hier schon mal so viele ach guck mal wie süß der will schmuse ja weiche das ist auch noch nicht die her die horde gewesen warum ist immer noch kampfmusik vögelchen was ist hier los ja kannst du die schon mal aber sicher mir nach nö ich sehe keine mehr ich glaube es ist mal wieder ein bug im spiel nämlich dass die kampf szenen einfach nicht abgebrochen wird weil tragen sagen noch nicht kapiert hat und die glock geschlagen hat so was ich bringe mal so ein jahr soll ich wieder nach vorne dann kann sie immer die ganzen wolfs ausnehmen irgendwas ist hier nicht ganz richtig ich sehe mich auch kein roten punkt mehr auf der karte der in irgendeiner form in der nähe sein könnte die einzigen roten punkte die ich auf dem boden sehe das sind das sind die blutspritzer von jana nein ich würde niemals auf die idee kommen um dies zu schlagen und so ja da ist die friedensmusik auch schon wieder ich mache das schon jetzt ist doch wieder kampf szene ich komme gar nicht raus weißt du das reicht jetzt aber mal was ist hier los und ist die metta hier hast du das gesehen ich habe die ganze zeit auf die space taste gedrückt damit ja die kampfpause aufhörte und sie hörte nicht auf alter gut wird gemacht also und das gab es ja auch schon mal aber schön viel zutaten hier jetzt bin ich mal gespannt ob wenn wir hier weitergehen ob wir weiterhin diese netten kampfpausen kriegen so ich trinke mal den letzten schluck kaffee aus und dann gieße ich mir mal einen schönen tee ein schöner chai tee mit honig man gönnt sich ja sonst nichts ouch habe mir gerade in den rücken etwas verklemmt ja ja würde endlich mal die sonne rauskommen und würde endlich mal irgendwie einen tag lang richtig schön sonne sein dann wird es mir mit sicherheit auch besser gehen ich habe euch ja schon mal gesagt ich fahre auf sonne also ist mein treibstoff so dann wollen wir mal uns versammeln liebe brüder und schwestern wir haben uns heute hier versammelt um ein paar wölfe zu schlachten aber okay jetzt wieder kampfpause siehst du das grauwolf ja sie müssten eigentlich sichtbar sein ja sind sie und er hat wieder volle power und kann dementsprechend mal so ein bisschen brenni brenni mit dem wach hau rein digga er könnte er brennend weg ja 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 ja